Ich habe es ja gesagt, ich sehe noch nicht mehr die Kamera, ah jetzt was. Ziemlich kacke, ich stehe gerade sozusagen im Wasser, nur diese Dornenpflanzen tragen mich. Ziemlich kacke, ich stehe im Wasser, ich fühle mich so rum. Ich bin ehrlich, ich stehe wirklich im Wasser. Das ist scheiße. Und die Kamera steht auch da. Oh, sehr geil. Oh, Junge. Ich kann euch... Ich kriege einen Anfall. So, jetzt das hier ist... Nein, Junge. Hier, ihr seht's. Überall sind Dornen, aber der Kollege lässt grüßen. Ja. Ich habe ihn nicht landen können, weil hier halt überall Dornen sind. Und mein Kescher ist hunderttausendmal hängen geblieben. Der Fisch ist übrigens noch am Leben, ich messe ihn gleich. Ein schöner, aber schon etwas klein. Überlege, ob ich ihn mitnehme. Ähm, ja. Ich stehe einfach gerade auf dem Wasser. Ich stehe auf diesen Dornenbüschen. Und dann zermie ist direkt Wasser. Das heißt, wenn es einbricht, richtig scheiße. Gefährlichste Angegnsport, den ich bisher hatte. Hier sind überall Dornen. Aber dafür hat sich's gelohnt. Also, er hat 25, das wäre das Schonmaß. Ganz ehrlich, er darf wieder zurück. Oh, was war das gerade? Weiß ich nicht. Der Kollege darf wieder zurück. Der hat den Haken vorne reinbekommen. Der wird das überleben. Also, good luck. Tschüss. Und weg ist er. Das war's mit dem Video. Man sieht sich beim nächsten Mal. Tschüss.